Wir haben ein Orange. Orange brauchen wir jetzt an der Hör. Orange. Und es wird das Blaue. Und Orange. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Müsste jetzt die nächste Kammer werden. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräte-Rückgabe-Komplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment-Centers müssen beide Hände leer sein. Fantastisch. Das ist noch nicht so. Ich bin für mich ein Stück Mist. Ich bekomme Kuchen. Ich hol mir meinen Kuchen ab. Oh no. Ich krieg keinen Kuchen. Au. Wohin er tut. So geht es natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht gut gehen. Okay. Okay. Scheiße, ich glaube das so haben. Okay, so nicht. Oh, Kuchen. Der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Nein. Ich brauche meinen Kuchen. Ich brauche meinen Lüter. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Siles. Ende. Hier ist der Kuchen. Wir können uns doch selber retten. Wir haben uns selbst gerettet. Was machen Sie da? Schluss jetzt. Ich. Ich. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben. Wo wir so taten, als wollten wir sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Okay. Ah, verstehe. Ähm. Vielleicht. Jetzt haben wir gelernt. Was machen Sie da? Ich. 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 Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben. Wo wir so taten, als wollten wir sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Okay. Schauen Sie das Geld ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Jetzt bin ich hier gefangen. Jetzt raus. Freiheit. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Hier geht's ins Schleimbad. Ist nicht gut. Die Kamera durch. Jetzt raus. Okay. Wie kommen wir hier raus? Hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Okay. Ein Weg nach außen. Way out. Okay, das sieht gefährlich aus, aber... Ist auch gefährlich. Okay. Wie kommen wir da jetzt rüber? Da plattscht was. Okay. Der Begleiter Kubus. Oder nur Kubu. Oder nur normaler Kubus. Okay. Okay. Wir schaffen was hier zu brauchen. Hm. Das entdeckt auch die Möglichkeiten. Vielleicht können wir hier springen. Das kann die Möglichkeit sein. Sehr schön. Wir sind im Labor. Wir sind im Labor. Okay. Wir sind im Labor. Wir sind im Labor. Freiheit Freiheit Okay, wie komme ich da lang? Aha, wie geht sie lang? Okay, da muss man links. Okay, da muss man links. Bisschen daneben. Letzter Parkour in die Freiheit. Fantastisch. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Freikommen. Das ist die falsche Richtung. Der Kuchen ist ein Lüge. Der Kuchen ist ein Lüge. Okay. Nein. Der Test ist vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Wo sind wir jetzt? Eine Testkamera oder was? Das habe ich jetzt aber nicht vor. So wird das hier nicht gespielt. Dann gehe ich doch jetzt nicht zurück. Jetzt machen wir nochmal ein. Dann müssen wir doch einen Weg raus geben. Dann gehen wir mal abtransportiert. Dann kommt ihr jetzt. Ich gehe ein. Leisein zu sagen. Was passiert jetzt zu kurz. Von cripple leisein zu haben. Ja, ich gehe jetzt zurück. Du bist jetzt nicht weg.